Autobahn. Eine Hörskulptur von Johannes Vogel. Sprecher Volker Andreas Thieme. Gefahr durch einen Benzinkanister. Gefahr durch ein Verkehrsschild. Gefahr durch eine Schaufel. Gefahr durch einen Auspuff. Gefahr durch eine Plane. Gefahr durch eine Holzkiste. Gefahr durch ein Absperrgitter. Gefahr durch eine Eisenplatte. Gefahr durch einen Farbeimer. Gefahr durch ein Fahrzeugteil. Gefahr durch einen Spanngurt. Gefahr durch ein Holzteil. Gefahr durch eine Eisenstange. Gefahr durch einen Dachgepäckträger. Gefahr durch einen LKW-Reifen. Gefahr durch einen Fahrradfahrer. Gefahr durch ein Reifenteil. Gefahr durch ein Metallteil. Gefahr durch einen Kotflügel. Gefahr durch eine Palette. Gefahr durch einen Reifen. Gefahr durch eine LKW-Plane. Gefahr durch einen Pfosten. Gefahr durch ein Stützrad. Gefahr durch einen Vogel. Gefahr durch einen Eimer. Gefahr durch 500 Schafe. Gefahr durch einen Fußgänger. Gefahr durch ein totes Wildschwein. Gefahr durch einen Gegenstand. Gefahr durch ein Kantholz. Gefahr durch ein Kind. Gefahr durch ein Eisenrohr. Gefahr durch ein Fahrrad. Gefahr durch eine Person. Gefahr durch ein totes Reh. Gefahr durch eine Stoßstange. Gefahr durch eine Plastikplane. Gefahr durch einen Müllsack. Gefahr durch ein Blechteil. Gefahr durch ein Plastikteil. Gefahr durch eine Fasanenfamilie. Gefahr durch einen Blecheimer. Gefahr durch einen Kanaldeckel. Gefahr durch einen Unterlegkeil. Gefahr durch eine Gipsplatte. Gefahr durch eine Holzpalette. Gefahr durch einen Sack. Gefahr durch einen LKW-Schmutzfänger. Gefahr durch eine Kiste. Gefahr durch eine rotte Wildschweine. Gefahr durch eine Warnbarke. Gefahr durch einen Draht. Gefahr durch einen Verkehrsleitkegel. Gefahr durch einen Rucksack. Gefahr durch einen Stuhl. Gefahr durch ein Brett. Gefahr durch eine Schafherde. Gefahr durch ein Wohnwagenrad. Gefahr durch eine Betonplatte. Gefahr durch einen Feuerwehrschlauch. Gefahr durch ein Rehkitz. Gefahr durch Dämmwolle. Gefahr durch eine Kabeltrommel. Gefahr durch eine Leiter. Gefahr durch einen Pudel. Gefahr durch einen Metalleimer. Gefahr durch eine Kette. Gefahr durch eine Bauplatte. Gefahr durch eine Spanplatte. Gefahr durch eine Plastiktonne. Gefahr durch ein Reh. Gefahr durch einen Ziegenbock. Gefahr durch ein Eisenteil. Gefahr durch ein Pony. Gefahr durch einen Kübel. Gefahr durch einen großen Stein. Gefahr durch eine Reifendecke. Gefahr durch eine Baustellenabsicherung. Gefahr durch einen Besen. Gefahr durch ein totes Tier. Gefahr durch ein Bodenblech. Gefahr durch einen Waschbär. Gefahr durch Glasscherben. Gefahr durch eine Mülltonne. Gefahr durch einen Karton. Gefahr durch eine Baggerschaufel. Gefahr durch eine Kühlschranktür. Gefahr durch einen Kühlschrank. Gefahr durch einen Koffer. Gefahr durch eine Kardanwelle. Gefahr durch eine Wanne. Gefahr durch einen großen weißen Hund. Gefahr durch ein Sofa. Gefahr durch eine Windschutzscheibe. Gefahr durch einen Sessel. Gefahr durch eine Sitzgarnitur. Gefahr durch eine Matratze. Gefahr durch einen Feuerlöscher. Gefahr durch einen Fernseher. Gefahr durch eine Teppichrolle. Gefahr durch einen Husky. Gefahr durch eine Motorhaube. Gefahr durch ein Garagentor. Gefahr durch eine Schubkarre. Gefahr durch eine Motorsäge. Gefahr durch einen Einkaufswagen. Gefahr durch einen Mini-Gabelstapler. Gefahr durch einen Kartoffelsack. Gefahr durch einen Ofen. Gefahr durch einen Tannenbaum. Gefahr durch einen Jogger. Gefahr durch einen Rasenmäher. Gefahr durch einen Autositz. Gefahr durch einen Bussard. Gefahr durch ein Propellerteil. Gefahr durch eine Gans. Gefahr durch ein Kanu. Gefahr durch eine Bananenkiste. Gefahr durch einen Knallkörper. Gefahr durch eine Satellitenschüssel Gefahr durch eine Katze Gefahr durch eine Waschmaschine Gefahr durch ein großes Plüschtier Gefahr durch ein Toilettenhäuschen Gefahr durch ein Fußballtor Gefahr durch eine Flagge Gefahr durch einen Kranich Gefahr durch einen Gartenzwerg Gefahr durch ein Islandpony Gefahr durch einen Fahrradgepäckträger Gefahr durch einen Motorradkoffer Gefahr durch einen Stein Gefahr durch einen Dachkoffer Gefahr durch eine Tierherde Gefahr durch einen Baukübel Gefahr durch eine LKW-Bordwand Gefahr durch ein Känguru Gefahr durch eine Abdeckplatte Gefahr durch eine Ente Gefahr durch eine Schraubzwinge Gefahr durch einen Blumenkübel Gefahr durch eine Radabdeckung Gefahr durch ein Lama Gefahr durch einen Schlafsack Gefahr durch eine Holzlatte Gefahr durch einen Mörtelkübel Gefahr durch ein aggressives Rind Gefahr durch eine Campinggasflasche Gefahr durch ein Wildschwein Gefahr durch eine Rinderherde Gefahr durch einen Greifvogel Gefahr durch eine LKW-Hebebühne Gefahr durch einen Schlauch Gefahr durch eine Holzplatte Gefahr durch eine Blechplatte Gefahr durch eine Mörtelwanne Gefahr durch eine Plastikwanne Gefahr durch einen Holzstuhl Gefahr durch einen Schäferhund Gefahr durch einen Hammer Gefahr durch ein Blech Gefahr durch einen Jungbullen Gefahr durch eine Styroporplatte Gefahr durch einen Wasserkasten Gefahr durch ein Möbelstück Gefahr durch einen großen Ast Gefahr durch eine Entenfamilie Gefahr durch einen Baumstamm Gefahr durch einen Jungrind Gefahr durch eine Anhängerkupplung Gefahr durch eine Pappe Gefahr durch einen Pflasterstein Gefahr durch einen Holzklotz Gefahr durch einen Spoiler Gefahr durch ein Mofa Gefahr durch eine Holzbohle Gefahr durch eine Aluminiumleiter Gefahr durch ein Trittbrett Gefahr durch ein Radkreuz Gefahr durch ein Metallrohr Gefahr durch eine Dachrinne Gefahr durch eine Getränkekiste Gefahr durch einen Zementsack Gefahr durch einen Batteriedeckel Gefahr durch eine Wanne Gefahr durch einen angefahrenen Hund Gefahr durch einen Kühlergrill Gefahr durch einen Dachziegel Gefahr durch einen Vorschlaghammer Gefahr durch einen Betonklotz Gefahr durch eine Radkappe Gefahr durch ein Metallgitter Gefahr durch einen Plastikeimer Gefahr durch ein Plastikrohr Gefahr durch Glas Gefahr durch einen Totenfuchs Gefahr durch einen Styroporblock Gefahr durch einen Eisenträger Gefahr durch ein Stahlseil Gefahr durch einen Balken Gefahr durch ein Rad Gefahr durch eine... Kush Gefahr durch тер